Eine Band ohne Strom, ein DJ ohne Ton, ein Maler ohne Farbe und eine Lesung aus einem Werbeprospekt. Kann man quasi von einer großen Leistungsschau der freien Szene Linz sprechen? Es ist absolut eine Leistungsschau der freien Szene Linz, so wie sie vorhanden ist und subventioniert ist. Die große Lightshow ist das neueste Event der Linzer Kapo. Zu hören ist aber nicht sehr viel. Der Szene ist zwei Jahre nach Linz 09 offenbar endgültig das Geld ausgegangen. Was passiert hier vor Ort eigentlich? Es wird dargestellt, wie es jetzt eigentlich finanziell bei uns ausschaut. Wir können uns den Strom und die Technik nicht mehr leisten, um unsere Bands richtig in Szene zu setzen. Das ist einfach eine Metapher für den wirklich furchtbaren Zustand der Kunst- und Kulturszene. Das ist die neue Linzer Light-Kultur. Kein Geld für kulturelle Vereinigungen, deswegen Bilderrahmen ohne Bilder. Dass es sich nicht einmal mehr einen Strom leisten kann, ist natürlich eine Schande sondergleichen in dieser Stadt, die ja immer behauptet Kulturstadt zu sein. MC Selbstlaut. Das war jetzt ein seltsames Konzert. Man hat kaum was gehört. Was ist da los? Also wenn das so weitergeht mit Kürzungen und was, dann klingen bald alle Konzerte so. DJ Watzl gibt alles, um die Stimmung in den Umbauphasen anzuheizen. Die ansonsten so lautstarke Band, Dirt Torture, hat sichtlich Mühe gegen den Straßenbahnlärm anzukommen. Der literarische Teil bringt Auszüge aus dem aktuellen Saturn-Magazin. Er bietet sich perfekt dazu an, sich wieder vom Meer in das Wohnzimmer zurückzuziehen. Übrigens, neben der iPad-Ausgabe gibt es das Saturn-Magazin ab sofort auch für Android. Karl Klar kann sich keine Farbe mehr leisten. Er malt trotzdem weiter. Und jetzt hoffe ich, dass ich allein mit dem leeren Pinsel etwas schaffen kann. An Themen mangelt es nicht. Das Bild heißt die kulturpolitische Vision der ÖVP und es ist mein meisteres Meisterwerk. Unser Reporter versucht die Ursache für die Misere herauszufinden. Ist das eine schreckliche Zustände in dieser Stadt? Wer ist denn dafür verantwortlich? Ja ganz sicher nicht natürlich die Linzer Politik. Also die definitiv nicht. Wir müssen ja alle in Gürtel enger schnallen. Warum kriegen Sie da jetzt die Künstler so auf? Sollen einen Beitrag leisten sagen viel? Wahrscheinlich, weil sie den Gürtel eh schon am letzten Loch haben. Und wenn man sich nicht einmal mehr weitere Löcher leisten kann, dann wird es eng. Doch nicht nur die freie Szene fürchtet um ihre Existenz. Gegen Ende der großen Leitschuh protestieren die Freunde des Wohlstands. Eine Bürgerinitiative von Superreichen gegen die drohende Besteuerung von Vermögen. Schütze uns vor der Transaktionssteuer. Schütze uns vor der Transaktionssteuer. Heilige Maria Vechter. Heilige Maria Vechter. Es ist auch schade, dass diese freie Szene jetzt ein bisschen weniger kriegt. Aber schön ist halt schon eine Oper oder eine Theateraufführung und solche Dinge. Das darf man auch nicht vergessen. Das wollen die Leute heute gerne sehen, wenn sie nicht gerade zu Hause sind und fernschauen. Schütze uns vor den Linken klicken, Schütze uns vor den Linken klicken. Solidarität mit ihresgleichen ist für Superreicher eine Selbstverständlichkeit. Wir helfen wenigstens zusammen. Das ist ja der Zusammenhalt unter den Besserverdienenden ist ja zum Glück doch immer größer. Hallo! Hilfe, die Kruletten! Die Kruletten! Die Kruletten! Es ist zwar momentan ein bisschen humoristisch, aber es ist eine verdammt ernste Sache und eigentlich nicht zum Lachen. Und hätten Sie vielleicht zum Abschluss nur eine finale Empfehlung an die Linzer Stadtpolitik? Naja, es ist einfach mehr Geld locker machen für die freie Szene in Linz. Das ist ganz klar. Es ist jetzt sozusagen die Leitkultur ohne Ton und so soll es ja nicht sein. Vielen Dank.